Kapitel 4 Inwieweit hat Kanada Kollektivrechte gestärkt? Hast du jemals darüber nachgedacht, was Kanada so einzigartig macht? Was unterscheidet Kanada von anderen Ländern, zum Beispiel unseren südlichen Nachbarn, den Vereinigten Staaten? Hier ist eine Sache, die Kanada einzigartig macht – Kollektivrechte Bestimmte Gruppen besitzen diese kollektiven Rechte, die in der Verfassung Kanadas verankert sind Kollektivrechte stärken die kollektive Identität von verschiedenen Gruppen und ermöglichen eine Gesellschaft, zu der Menschen mit unterschiedlichen Identitäten gehören Kollektivrechte sind Teil der dynamischen Beziehung zwischen der kanadischen Regierung und den kanadischen Bürgern In der kanadischen Geschichte haben Gesetze über Kollektivrechte und das Versprechen der Regierung, diese auf Recht zu erhalten, Möglichkeiten und Herausforderungen für Kanadier geschaffen Dieses Kapitel stellt ein wenig Geschichte über Kollektivrechte in Kanada vor Während du liest, beurteile wie effektiv unsere Gesetze im Laufe der Zeit unsere Kollektivrechte gestärkt haben Bedenke, welche Auswirkungen die Geschichte für die kanadischen Bürger der Gegenwart hat Hauptfragen Welche Gesetze erkennen die Kollektivrechte der First Nations Völker an? Welche Kollektivrechte haben Gruppen der Amtssprache unter der Charta? Welche Gesetze erkennen die Kollektivrechte der Metis an? Auf dem Foto sieht man die Felswand bei Head, Smashed in Buffalo Jump in Südalberta Die Ureinwohner der Prärie, insbesondere die Siksika, Kainai und Pekuni nutzten diesen Abhang jahrtausendelang Die Ureinwohner haben einen Ehrenplatz in Kanada als die ersten Bewohner dieses Landes Wie wird das durch die Kollektivrechte für die Ureinwohner anerkannt? Stärken, etwas für rechtsgültig erklären und sich dazu verpflichten Die kollektive Identität, die gemeinsame Identität einer Gruppe, geprägt durch gleiche Sprache und Kultur Kollektivrechte, Rechte, die bestimmten Gruppen in der kanadischen Gesellschaft aus historischen und verfassungsmäßigen Gründen gewährleistet werden Diese Gruppen sind die Ureinwohner, einschließlich der First Nations, Metis und Inuit, außerdem Frankophone und Anglophone Ausgehend von diesen Fotos, welche Möglichkeiten und Herausforderungen schaffen kollektivrechte für Kanada? Wilma Jackniff ist Rechtsberaterin für die Cold Lake First Nations in Alberta Sie bemüht sich um die Anerkennung der Vertragsrechte ihres Volkes bei der wirtschaftlichen Entwicklung der Cold Lake Region Rechte, die im Vertrag 6, einem der nummerierten Verträge, die Kanada mit den First Nations im 19. Jahrhundert ausgehandelt hat, festgelegt wurden Überlege dir, was könnten Verträge heutzutage für die Gemeinschaft bedeuten? Dieses Foto zeigt die Feierlichkeiten zur Eröffnung von Metis Crossing im Jahr 2005 Metis Crossing ist ein geschichtlich bedeutsamer Ort in der Nähe von Smoky Lake, Alberta Er ist der kollektiven Identität der Metis gewidmet Dieses Kapitel untersucht die Geschichte, die mit der Identität und den Kollektivrechten der Metis verbunden ist Überlege dir, inwiefern ist die Kenntnis der Geschichte eine Verantwortung, die zur Gemeinschaft gehört? Die Schüler auf diesem Foto besuchen Frankophone Schulen in Alberta Sie haben sich vor dem lembreinte Frankophone, der Frankophone Abdruck, versammelt Diese Skulptur erinnert an die Geschichte und Identität der Franco-Albertaner Sie befindet sich auf dem Gelände der Alberta Legislative Das Foto wurde am Tag der Enthüllungsfeier im Juni 2007 gemacht Kapitel 4 untersucht die Kollektivrechte von amtssprachlichen Gruppen in Kanada einschließlich der Kollektivrechte, die durch Frankophone Schulen in Alberta wiedergespiegelt werden Überlege dir, wie bringen die Frankophonen Schulen die Gemeinschaft der Frankophonen in Kanada zur Geltung? Inwieweit bilden sie eine Verantwortung für alle Kanadier? Entwerfe ein Display über Kollektivrechte in Kanada Deine Rolle Das Canadian Museum of Civilization plant eine Ausstellung über Kollektivrechte in Kanada Die Ausstellung, Kollektivrechte der Vergangenheit und der Gegenwart soll die Auswirkung von Kollektivrechten auf Gemeinschaft und Identität im heutigen Kanada veranschaulichen Das Museum erbittet deine Mitwirkung bei der Ausstellung Deine Rolle ist es, ein interaktives Display zu entwerfen, das folgende Frage beantwortet Wie hat die Gesetzgebung von Kollektivrechten im Laufe der Zeit geprägt, wer wir als Kanadier sind? Deine Präsentation Dein Display sollte folgende Fragen ansprechen Welcher historische Kontext bezieht sich auf die Gesetzgebung, die Kollektivrechte in Kanada stärken? Wie haben Kollektivrechte im Laufe der Zeit die einzigartige kanadische Identität geprägt? Während du das Kapitel bearbeitest, überlege dir, was du in dein Display einfügen willst Manche Ausstellungen haben Tabellen, Texte oder Bilder, die die Informationen verdeutlichen Andere haben Tonaufnahmen oder eine Multimedia-Präsentation Überlege dir, wie du deine Ideen über Kollektivrechte in Kanada zum Ausdruck bringen willst Diese Briefmarken erinnern an Ereignisse in der kanadischen Geschichte der Frankophonen, der Metis und der First Nations Was weißt du schon über die kanadische Geschichte und kannst es auf diese Briefmarken anwenden? Warum denkst du wollen Kanadier ein Andenken an die Verbindung zwischen der Geschichte und diesen Identitäten haben? Los geht's Ein Teil deiner Aufgabe ist es, die Auswirkungen der Kollektivrechte auf die kanadische Identität zu untersuchen Nicht alle Länder haben Gesetzgebung, die Kollektivrechte stärkt und beschützt Während du das Kapitel bearbeitest, suche nach Informationen, die dazu beitragen, die folgenden Fragen zu beantworten Was sind eigentlich Kollektivrechte? Welche Gesetzgebung schafft Kollektivrechte für Gruppen in Kanada? Warum haben manche Gruppen Kollektivrechte und andere nicht? Warum sind Kollektivrechte für alle Kanadier wichtig? Wie bestimmen Kollektivrechte aus der Vergangenheit und von heute unsere Identität als Kanadier? Du könntest jede dieser Fragen auf ein einzelnes Blatt Papier schreiben und dann Notizen und Informationen hinzufügen, während du liest Deine Notizen könnten eine Liste oder eine Gedächtnisstütze sein Bevor du beginnst Häufig gestellte Fragen Kollektivrechte Was sind Kollektivrechte? In diesem Kapitel sind Kollektivrechte die Rechte, die bestimmten Gruppen der kanadischen Gesellschaft zustehen und die durch die Verfassung anerkannt und beschützt werden Kollektivrechte sind anders als individuelle Rechte Alle kanadischen Bürger und Personen mit Aufenthaltsgenehmigung haben individuelle Rechte aufgrund der Charta der Rechte und Freiheiten, z.B. das Recht, überall in Kanada zu leben Kollektivrechte sind Rechte, die Kanadieren zustehen, weil sie einer oder mehreren Gruppen der Gesellschaft angehören Wer hat Kollektivrechte in Kanada? Die Ureinwohner, darunter First Nations, Metis und Inuitvölker Frankofone und Anglophone Warum haben bestimmte Menschen Kollektivrechte und andere Menschen nicht? Kollektivrechte erkennen die Gründungsvölker von Kanada an Ohne den Beitrag dieser Menschen würde Kanada heute nicht existieren Kollektivrechte stammen von den Wurzeln der Ureinwohner, Frankofonen und Anglophonen im Land und in der Geschichte Kanadas Wusstest du das? Kollektivrechte unterscheiden Kanada von anderen Nationen Z.B. keine Gruppen, Völker in den USA haben Rechte, die in der Verfassung anerkannt werden Kollektivrechte spiegeln die Idee des egenseitigen Respekts zwischen den Völkern wieder Diese Idee hat in Kanada eine lange Geschichte Z.B. prägte sie 1701 den großen Frieden Montreals The Great Peace of Montreal zwischen 39 First Nations und den Franzosen Welche Gesetze erkennen die Kollektivrechte der First Nations Völker an? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt liest du über die Gesetzgebung, die die Kollektivrechte der First Nations Völker betrifft Hier findest du Fakten und Daten über die Ziele der nummerierten Verträge Perspektiven darüber, wie die nummerierten Verträge im Laufe der Zeit von First Nations Gruppen und der kanadischen Regierung interpretiert wurden Beispiele moderner Verträge, die Kollektivrechte für die Ureinwohner, einschließlich Inuit und Metis Völker geschaffen haben Eine Beschreibung der Ziele des Indien-Act Einen Zeitungsartikel über Themen, die sich mit der Abänderung des Indien-Acts heute befassen Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte darauf Wie Umstände in der Geschichte Kanadas die Interpretation der nummerierten Verträge beeinflusst haben Wie die First Nations und die Regierung die Verträge im Laufe der Zeit interpretiert haben Wie der Indien-Act versucht hat, die Völker der First Nations zu definieren und zu assimilieren Wie die First Nations Völker ihre kollektiven Rechte ausüben und ihre Identität bewahren First Nations Der Oberbegriff für die verschiedenen Ureinwohner, denen Kollektivrechte zustehen, die in der Verfassung Kanadas anerkannt und beschützt werden Die Verfassung bezeichnet die First Nations als Indianer und übernimmt damit den Namen, der bei den Verhandlungsabkommen benutzt wurde Der Indianer Die Europäer wählten das Wort Indianer, um die First Nations Nordamerikas zu beschreiben Obwohl diese Völker unterschiedlich waren und schon Namen für sich hatten Viele First Nations mögen den Begriff Indianer nicht, um sich selbst zu beschreiben Diese Schüler sind Angehörige der Peak Angicum First Nation in Ontario Überlege dir, welche Gesetzgebung könnte ihre Identität beeinflussen? Welche Möglichkeiten und Herausforderungen ergeben sich dadurch für ihre Zukunft und die Zukunft aller Kanadier? Was sind die nummerierten Verträge? Die nummerierten Verträge sind historische Abkommen, die Auswirkungen auf die Rechte und Identität einiger First Nations in Kanada haben Die nummerierten Verträge haben ihre Wurzeln in der königlichen Proklamation von 1763 Großbritannien machte diese Proklamation am Ende des Siebenjährigen Krieges, als es die Kontrolle über Länder in Nordamerika übernahm, die früher von Frankreich beansprucht worden waren Die Proklamation bestätigte die Rechte der First Nations auf Land und gründete das Prinzip, Verträge mit First Nations durch friedliche Verhandlungen zu schließen Die nummerierten Verträge Auf dieser Landkarte sind moderne provinzielle und territoriale Grenzen abgebildet, die noch nicht existierten, als die First Nations und die Regierung Kanadas die nummerierten Verträge aushandelten Sie wurden hier als Orientierung eingefügt Wusstest du das? Die Kollektivrechte der First Nations, Metis und Inuitvölker sind weiterhin in Arbeit Verhandlungen zwischen den Oreinwohnern und der kanadischen Regierung finden weiterhin statt, unter anderem Verhandlungen über moderne Verträge und die Abklärung von Rechten zur Souveränität der Völker der Ureinwohner Die nummerierten Verträge waren Abkommen zwischen der Königin und den First Nations Die First Nations haben vereinbart, ihre Länder und Ressourcen in Frieden zu teilen Kanadas Regierung hat Bedingungen zugestimmt, sich um die Bildung, Reservate, Jahresrenten und andere Angelegenheiten der First Nations zu kümmern Die Bedingungen unterscheiden sich von Vertag zu Vertag Siehe Tabelle unten Für die First Nations sind die Verträge heilig Feierlich geschlossene Abkommen zwischen Völkern können ohne ihre Zustimmung nicht geändert werden Rechte aus den Verträgen und Gemeinschaft gehen für die First Nations Hand in Hand, in der Gegenwart, in der Vergangenheit und in der Zukunft Die Jahresrente, eine jährliche Zahlung Unter den nummerierten Verträgen sind die heutigen Renten meistens nur symbolisch Zum Beispiel die Mitglieder des Vertrags 8 bekommen je 5 Dollar im Jahr Das Reservat, Land, das ausschließlich von den First Nations genutzt werden darf Die Bedingungen der Verträge 6,7 und 8 Diese Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der Bedingungen, die in den schriftlichen Versionen der größeren nummerierten Verträge in Alberta zu finden sind Gesundheits, Fürsorge Bildung Jagd- und Fischereirechte Reservate Unterstützung für die Landwirtschaft Zahlungen, Jahresrenten und Zuschüsse Vertrag 6, 1876 bis 1899 Vertrag 7, 1877 Vertrag 8, 1899 Stern im schriftlichen Report der Verhandlungen erwähnt, nicht aber in der Abschrift des Vertrags Wusstest du das? Nicht alle First Nations Völker haben Verträge abgeschlossen Ihre Kollektivrechte werden in Abschnitt 35 der Verfassung gestärkt Mehr über die Verfassung und Abschnitt 35 kannst du auf den Seiten 134 und 156 lesen Inwieweit glaubst du, ist es wichtig, ein Abkommen einzuhalten? Denk an eine Situation in deinem eigenen Leben, wo du eine Vereinbarung getroffen hast Unsere Ältesten halten den Vertrag für heilig Er ist ein Abkommen zwischen den First Nations und ihrer Majestät, der Königin also das Volk von Kanada Wir sahen ihn als eine Möglichkeit, mit europäischen Siedlern in Frieden und Freundschaft zu leben und das Land und die Ressourcen zu teilen Vertrag 8 ist wichtig für unser Volk Der älteste Paul Eugene Beauregard, von der Big Stone Cree Nation, Alberta, Oktober 2007 Wir hatten unsere eigene Regierung und Gesetze bevor die Europäer hier ankamen und wir lebten in Einklang mit Mutter Erde Wir haben den Vertrag unterschrieben, um mit den Menschen in Kanada und ihrer Regierung in Einklang zu leben Unserer Ansicht nach sind alle Menschen in Kanada Vertragsmenschen, genau wie wir es sind Der Vertrag ist ewig, solange das Gras wächst, das Wasser fließt und der Wind weht Der älteste Böse Starlight, zu Tina First Nation, Alberta, Januar, 2008 Die First Nations im Westen und Kanada haben die nummerierten Verträge aus vielen Gründen ausgehandelt Kanada hatte vor, eine Bahnlinie zu bauen, um die Provinz Britisch-Kolumbien mit dem Rest von Kanada zu verbinden und somit den Westen für Einwanderung zu öffnen Britisch-Kolumbien trat der Konföderation unter der Bedingung bei, Kanada würde die Eisenbahn bauen Dieses Foto zeigt Bahnarbeiter um 1890, einige Jahre nachdem die Arbeit abgeschlossen wurde Die First Nations und die kanadische Regierung wollten einen Krieg vermeiden Weiter südlich führten die Ureinwohner und die Vereinigten Staaten Kriege über Territorien Auf diesem Foto sieht man die Gräber vom Schlachtfeld bei Little Bighorn im heutigen Montana wo 1876 mehr als 100 Ureinwohner und 250 amerikanische Soldaten umgekommen sind Die First Nations wollten ihre Zukunft absichern Sie standen vor enormen wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen durch Pockenepidemien, die Ausrottung der Bisons, das Ende des Pelzhandels und dem Druck durch europäische Siedler Dieses Foto zeigt Bison-Knochen, die zwischen 1880 und 1899 auf der kanadischen Prärie gesammelt wurden Aufforderung Denke kritisch Wie haben die nummerierten Verträge die Vergangenheit anerkannt? Wie haben sie auf die Ereignisse ihrer Zeit reagiert? Die Königliche Proklamation von 1763 hat die Rechte der First Nations auf Land in den Gebieten Nordamerikas, die von der britischen Regierung beansprucht wurden, anerkannt Großbritannien erließ die Königliche Proklamation, nachdem es Frankreich im Siebenjährigen Krieg besiegt hatte und die dominierende Kolonialmacht in Nordamerika wurde Perspektiven spielen eine Rolle bei der Interpretation der Verträge Die kanadische Regierung behauptet, die First Nations hätten mit den Verträgen das Recht auf ihr Land aufgegeben Viele First Nations stimmen damit nicht überein, besonders weil ihr Weltbild das Land nicht als etwas betrachtet, das man besitzen oder aufgeben kann Für uns ist das Land ein Erbe und keine Handelsware Es ist Teil unserer Kultur Das Land, aus dem unsere Kultur entspringt, ist wie Wasser und Luft Es ist eins und unteilbar Die First Nations haben die Verträge in ihren mündlichen Überlieferungen in ihren eigenen Sprachen festgehalten Die kanadische Regierung dokumentierte die Verträge auf Englisch Diese mündlichen und schriftlichen Aufzeichnungen stimmen in gewissen Kernpunkten der Verträge nicht überein Gabriel und Clemens Anderson Aufforderung denke kritisch Wie beeinflusst dein Verständnis der Vergangenheit dein Verständnis von Gruppen in der heutigen Gesellschaft? Wie beeinflussen Perspektiven unser Verständnis der Vergangenheit? Das ist Darlene Little Bear, McIntosh von der Onion Lake First Nation in Alberta Das liegt 50 Kilometer nördlich von Leutminster und Stradlis an der Grenze zwischen Alberta und Saskatchewan Darlene kümmert sich um die Redestäbe die mündliche Aufzeichnung von Vertrag 6 für ihr Volk Jeder Redestab entspricht einer Bestimmung aus dem schriftlichen Vertrag, mit einer Ausnahme Der erste Stab, den man für den wichtigsten hält, bezeichnet den Vertrag 6 als Abkommen zwischen den First Nations und der Königin Großbritanniens, Volksvertreterin Kanadas Überlege dir, auf welche Weise stellt der erste Stab eine Perspektive der First Nations über die Verträge dar? Die hier abgebildete schriftliche Aufzeichnung des Vertrags 6 ist auf Englisch, aber die Vertragsverhandlungen wurden in mehreren Sprachen abgehalten und waren somit auf Dolmetscher angewiesen Überlege dir, wie könnte sich eine englische Aufzeichnung von der Aufzeichnung in einer anderen Sprache unterscheiden? Eine Zeitleiste über zwei Ansichten der nummerierten Verträge Die nächsten sieben Seiten präsentieren eine Zeitleiste, die mehr als ein Jahrhundert überspannt So kannst du die Zeitleiste anwenden Oben auf jeder Seite gibt es Informationen zu den Perspektiven der First Nations über die nummerierten Verträge Die meisten dieser Perspektiven stammen von First Nations in Alberta über die Verträge 6, 7 und 8 Diese Perspektiven kannst du analysieren, um Beweismaterial dafür zu finden, dass die First Nations die Verträge für Abkommen zwischen zwei Nationen hielten und auch jetzt noch halten Sie sind der Ansicht, diese Abkommen schaffen wichtige Rechte Verwende eine Tabelle wie diese Perspektive First Nations Datum Quelle Leitgedanke Bestätigt First Nations 1876 Mr.Vasis, Verhandlungen zum Vertrag 6 Der Vertrag ist dauerhaft Die Zukunft ist sichergestellt Ja Unten auf jeder Seite findest du Informationen über die Ansichten der kanadischen Regierung zu den nummerierten Verträgen Diese Ansichten kannst du untersuchen, um Beweismaterial dafür zu finden, dass die kanadische Regierung im Laufe der Zeit verschiedene Ansichten über die Vertragsrechte hatte Verwende eine Tabelle wie diese Ansichten Kanadische Regierung Datum Quelle Leitgedanke Bestätigt First Nations 1876 Alex Moes, Verhandlungen zum Vertrag 6 Der Vertrag ist dauerhaft Die First Nations sollten die Europäischen Weisen lernen, die First Nations dürfen Traditionelle Weisen behalten Ja und Nein Häuptling Moes Senecapo von der Walling River First Nation in Manitoba nimmt 2002 an einer Demonstration vor dem kanadischen Parlamentsgebäude teil Die Demonstration fand wegen Änderungen der Gesetzgebung statt, welche die Rechte der First Nations betraf Eine Perspektive über Vertrag 6 Das, wovon wir reden, dauert fort, solange die Sonne scheint und der Fluss fließt Wir schauen auf die Zukunft der Kinder unserer Kinder Schau dir die Medaille genau an Welche Botschaft übermittelt sie von der Bedeutung der nummerierten Verträge? Inwiefern übermitteln die Aussagen auf dieser Seite die gleiche Botschaft? Die kanadische Regierung stellte Medaillen wie diese her, um der nummerierten Verträge zu feiern Diese Medaille stammt aus dem Jahr 1874 Die Medaille zeigt zwei Menschen, die Hände schütteln Einer symbolisiert die Regierung Kanadas und der andere symbolisiert die Völker der First Nations Was ich versprechen werde und was ich glaube und hoffe, dass du wahrnimmst, soll fortdauern, solange die Sonne scheint und die Flüsse fließen Ich sehe die Berater der Königin dem Indianer die Hand reichen Sie sagen, wir sind Brüder, wir werden euch aufrichten, wir werden euch lehren, wenn ihr lernen wollt Die Schlauheit der Weißen, ich sehe Indianer zusammenkommen Ich sehe Gärten wachsen und Häuser, wie sie gebaut werden Ich sehe, wie sie von den Beauftragten der Königin Geld bekommen, damit sie ihre Kinder kleiden können Zur gleichen Zeit sehe ich, wie sie sich am Jagen und dem Fischfang noch so wie immer freuen Ich sehe, wie sie ihre alten Sitten beibehalten und darüber hinaus, sehe ich Das Geschenk der Königin Alexander Morris, 18. August und 7. September 1876 Während der Verhandlungen zum Vertrag Sechster Morris vertrat Kanada während der Verhandlungen Indianer, viele First Nations mögen den Begriff Indianer nicht, um sich selbst zu beschreiben Er wird hier verwendet, weil Alexander Morris ihn verwendet hat Eine Perspektive über Vertrag 6 Die First Nations waren und sind unabhängige Völker mit eigenen Regierungsvorgängen und Wegen, ihre Nationen zu führen Warum wollten und wollen sie für Entscheidungen über ihre Kultur und Identität verantwortlich bleiben? Wie beeinflussen ihre Vertragsrechte ihre Perspektive? Auf diesem Foto aus dem Jahr 1910 ist eine Siedlung der Brockwood Confederacy in Süd, Alberta zu sehen Vergleiche die Informationen auf dieser Seite und stelle sie einander gegenüber Welche Themen über die Regierung der First Nations kannst du identifizieren? 1876 Das Indianergesetz, Indian Act Kanadas Parlament verabschiedete das Indianergesetz Damit haben sie Regeln für das Leben der First Nations Völker aufgestellt ohne die Menschen dazu zu befragen Zu der Zeit betrachtete die kanadische Regierung die First Nations als Menschen, die Führung benötigten Das hatte seine Wurzeln in der Geschichte Kanadas in der Einstellung, dass europäische Gewohnheiten und Gebräuche den Sitten anderer Völker überlegen waren Wo sieht man diese Einstellung in diesem Auszug aus dem Indian Act? Weitere Informationen über den Indian Act befinden sich auf den Seiten 137 bis 138 Mit dem Indian Act setzte er eh 1990 Kanada-Indianer-Agenten die ein, um die Reservate zu ne leiten Auf diesem Foto sieht man Harold Sibault, CI-Indianer-Agent, von 1901 bis 1904 im Nakoda-Reservat in der Nähe von Calgary Die kanadische Regierung setzte diese Indianer-Agenten ein, ohne die First Nations dazu zu befragen Eine Perspektive über Vertrag 7 Dieses Foto zeigt zwei Siksika-Schulkinder Ihre Mutter, Mary Running Rabbit, steht rechts hinter ihnen Die Siksika-Nation ist Teil des Vertrags Siebter Die zwei Frauen haben die Kinder zu einem geistlichen Oberhaupt gebracht Dieser hat Kreise auf ihre Gesichter gemalt Die Kreise stehen für den Zyklus der Sonne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Die Kreise beweisen, dass diese Familie großen Wert auf ihre Kultur und ihre Identität legen Welche Hoffnungen und Erwartungen werden diese Familien für die Bildung ihrer Kinder gehabt haben? Welche Rolle spielten die Vertragsrechte über Bildung für ihre Zukunftspläne? Was ist ein Gesetz im Vergleich zu einem Regelwerk? Regierungen schaffen Gesetze und sie bestimmen auch Regelwerke Ein Gesetz beschreibt Prinzipien, nach denen gehandelt werden muss Ein Regelwerk erläutert die Ziele der Regierung innerhalb des Gesetzes Beispiel Bildung für First Nations Die nummerierten Verträge das Gesetz besagten, dass die föderale Regierung dafür verantwortlich war Die in First Nations Bildung zukommen zu lassen Das Regelwerk der föderalen Regierung besagte, dass diese Bildung durch Internatsschulen Residential Scores geliefert wurde Dieses Foto ist undatiert Es wurde vielleicht im Zeitraum zwischen 1920 und 1930 gemacht Das Ziel der Menschen auf diesem Foto die Identität der Kinder zu behaupten steht im Gegensatz zum Ziel des Regelwerks der Regierung für Internate Residential Scores Die letzte solcher Schulen in Kanada wurde 1996 Geschlossen 1879 Internatsschulen Residential Scores Die kanadische Regierung beauftragte MP Nicholas Darwin vorzuschlagen, wie man den First Nations Bildung zukommen lassen konnte und sie dabei gleichzeitig assimilierte Der Darwin Bericht von 1879 empfahl Internatsschulen Residential Scores Diese Schulen entfernten die Kinder von ihren Familien und zerstörten ihre Verbindungen zu ihren Sprachen, Kulturen und Identitäten Internatsschulen erlauben aggressive Zivilisation, indem sie die Kinder von den Eltern trennen Internatsschulen ermöglichen den Indianern einen gewissen Grad an Zivilisation, trotz der Mängel ihrer Rasse Die Indianer erkennen, dass sie verschwinden werden Nach dem Bericht über industrielle Schulen für Indianer und Mischlinge von Nicholas Ford Darwin 14 März 1879 Kürzlich begann die kanadische Regierung, die ehemaligen Schüler dieser Schulen für das Trauma, das sie erlebt haben, zu entschädigen Diese Fotos zeigen Thomas Moore vor und nach seinem Eintritt in die Regina Internatsschule im Jahr 1897 Wie vergleicht sich die Botschaft dieser Fotos mit dem Foto oben? 1939 Eine Perspektive über die Verträge 6, 7 und 8 Die First Nations in Alberta gründeten die Indian Association of Alberta Was besagen die unten beschriebenen Ziele der Association über den Grund für ihre Etablierung? Die Ziele der Indian Association of Alberta sind folgende Erster Vertragsrechte aufrecht zu erhalten Zweiter das soziale und wirtschaftliche Wohl des Indianervolkes zu fördern Dritter bessere Bildungsmöglichkeiten zu schaffen Vierter mit föderalen, provinzialen und Stadtregierungen zum Wohl der Indianer zusammenzuarbeiten Indianer, die First Nations benutzen diesen Ausdruck manchmal, weil er jetzt und in der Vergangenheit Ein Ausdruck von politischer und verfassungsmäßiger Bedeutung ist Es ist kein Ausdruck, den die First Nations für Sich selbst wählten 1946 Eine Perspektive über Vertrag 6 Verfassung der Indian Association of Alberta Wir machten Verträge mit Großbritannien und setzten unser Vertrauen auf die kanadische Regierung, dass sie unseren Verträgen gerecht wurde Seit den ersten Verträgen sind die First Nations der Ansicht, dass die kanadischen Amtsträger diese Verträge nicht eingehalten haben John Titussis, Panmaker Cree Nation, 1946 John Titussis von der Panmaker Cree Nation half 1946 bei der Gründung der Vereinigung der Indianer Saskatchewans Die wirtschaftliche Umstellung der Indianer auf das moderne Leben ist ein großes Problem Wir müssen die Indianer dazu bringen, das normale Leben eines gewöhnlichen kanadischen Bürgers zu führen Ein Nakoda-Mann, dessen Namen unbekannt ist, fügt ein Feld im Nakoda-Reservat bei Calgary Die Regelwerke der Regierung und das Indianer-Gesetz hatten das Ziel, den traditionellen Lebensstil der First Nations durch europäische Lebensweisen, ZB-Landwirtschaft zu ersetzen Zu gewissen Zeitpunkten in der Geschichte war es durch die Vorschriften des Indian Acts den Völkern der First Nations verboten, ihre traditionellen Gewänder zu tragen Nach einer Aussage von TRI McInnes, Sekretär der Branche für Kanadas Indianer Angelegenheiten 1970 Eine Perspektive über die Verträge 6, 7 und 8 Um unsere Kultur zu bewahren, ist es nötig, unseren Status, unsere Rechte, unser Land und unsere Traditionen und Sitten zu bewahren Unsere Verträge sind die Basis unserer Rechte, die Verträge sind historische, moralische und gesetzliche Verpflichtungen Die Regierung muss bekannt geben, dass sie die Verträge für rechtsverbindlich hält Die Indian Association of Alberta, Citizens Paws, 1970 Vergleiche die Aussage oben mit Der Aussage unten Warum hat die Regierung die Aussage unten gemacht? Warum hätten die First Nations vielleicht dagegen protestiert? Harold Cardinal, gewählter Anführer der Indian Association of Alberta, teilt im Juni 1970 seine Ansicht über die Vertragsrechte mit Premierminister Pierre Trudeau und dessen Kabinett Harold Cardinal betrachtete die First Nations Völker als Vollbürger Kanadas, mit allen Individualrechten und zusätzlich mit Kollektivrechten Diese Idee verdeutlichte er mit dem Ausdruck Staatsbürger plus, Citizens plus Das wurde auch zur Überschrift eines Aufsatzes über die Vertragsrechte, an dem er sich 1970 im Namen der Indian Association of Alberta beteiligte Ein Auszug wird oben zitiert 1969 Kanada kann keine gerechte Gesellschaft sein, solange diskriminierende Rechtsvorschriften in unserem Gesetzbuch stehen Die Beschränkungen, die durch besondere Gesetzgebung entstanden sind, zum Beispiel durch die Verträge, können im Allgemeinen abgeschafft werden Die Verträge müssen überarbeitet werden, um festzustellen, wie sie gerecht abgeschlossen werden können Nach der Stellungnahme der kanadischen Regierung zum Regelwerk für Indianer, 1969 Jean Chrétieng war Minister für Angelegenheiten der Indianer, als die kanadische Regierung die Stellungnahme der kanadischen Regierung zum Regelwerk für Indianer, veröffentlichte Diese Veröffentlichung löste einen heftigen Protest der First Nations aus 1980 Eine Perspektive über die Verträge 4, 6 und 10 Wir, die First Nations, verkünden unsere Hingabe und unser Engagement für die Anerkennung unserer einzigartigen Geschichte und unseres Schicksals hier in Kanada, indem wir unseren Vertrag und unsere ursprünglichen Rechte in der Verfassung verankern Nur so können wir ernsthaft die ehrwürdige Verantwortung erfüllen, die uns von unseren Vorfahren für die künftigen Generationen weitergegeben wurde Weniger als das hat zur Folge, dass wir unsere Herkunft und unser Schicksal betrügen Aus einem Vortrag an das kanadische Parlament von der Föderation der Indianer Saskatchewans, Dezember 1980 Dieses Foto von 1980 zeigt Delegierte der First Nations aus der Föderation der Indianer Saskatchewans Sie befinden sich in London, um dem Parlament Großbritanniens eine Petition vorzulegen, damit die Rechte der Ureinwohner in der Verfassung Kanadas einbezogen werden Großbritannien, als ehemalige Kolonialmacht, kontrollierte die Verfassung Kanadas Die Völker der First Nations, der Metis und der Inuit realisierten, dass Großbritannien es vielleicht in Erwägung ziehen könnte, die Verfassung vor ihrer Heimführung zu ändern Am Ende sicherten ihre Bemühungen, dass Kanada diese Änderungen machte Das Ergebnis Abschnitt 35 der Verfassung Kanadas bestätigt die Anerkennung der Völker der First Nations, der Metis und der Inuit als Ureinwohner und respektiert somit ihre vorhandenen Vertragsrechte und ihre Rechte als Ureinwohner 1982 Die Verfassung Ich rede von einem Kanada, wo Männer und Frauen der Ureinwohner und Menschen mit französischer und britischer Herkunft, sowie Menschen von verschiedenen Kulturen der Welt demonstrieren, dass sie dieses Land in Frieden, Gerechtigkeit und mit gegenseitigem Respekt teilen wollen Premierminister Pierre Trudeau, 17. April 1982 bei der Zeremonie zur Proklamation der Verfassung Premierminister Pierre Trudeau führte 1982 die Verhandlungen, um Kanadas Verfassung heimzuführen Anfangs stimmte er nicht damit überein, die Rechte der First Nations, der Metis und der Inuit-Völker einzubeziehen Er war der Ansicht, die Ureinwohner sollten den anderen Kanadieren gleichstehen Er hielt die Gesetze, die diese Völker von der kanadischen Gesellschaft unterschieden wie zum Beispiel die nummerierten Verträge oder Vorschriften in der Verfassung als Hindernisse ihrer Gleichstellung Die Ureinwohner sahen diese Gesetze anders als Bestätigung ihrer Identität Sie wandten ihre demokratischen Rechte an, um ihre Ansichten zu äußern Verankern, etwas fest fixieren Die Heimführung, etwas zurück in ein Land bringen, das dem Land gehört 2007 Eine Perspektive über die Verträge 6, 7 und 8 Die Führer der Verträge 6, 7 und 8 ließen am 29. Juni 2007 ganzseitige Anzeigen in den Zeitungen von ganz Alberta drucken, um den Aktionstag der Ureinwohner anzukünden Die Anzeigen erklärten folgendes Die First Nations hatten die Verträge über die Teilung des Landes ausgehandelt, damit die Völker der First Nations und andere Völker davon profitieren konnten Die Verträge waren und sind auch heute noch Verträge zwischen zwei Nationen Die First Nations waren und sind auch heute noch vielfältige Völker Die Hauptlinge sprachen bei Kanadiern vor, damit diese auf die kanadische Regierung einwirken, den wahren Geist und die Absicht der Verträge anzuerkennen Wusstest du das? Die First Nations begingen den Aktionstag der Ureinwohner am 29. Juni 2007 mit Demonstrationen vor Parliament Hill und den provinziellen Legislativen Auf diesem Foto ist eine Demonstration in Winnipeg abgebildet Welches Beweismaterial gibt es auf diesem Foto für die Perspektive dieser Demonstranten über die Vertragsrechte? Überlege dir, wie ist diese Demonstration ein Ausdruck demokratischer Rechte? Wie stärkt es die Identität der Demonstranten und ihre Gemeinschaft in Kanada? Heutige Abkommen oder heutige Verträge zwischen den Völkern der Ureinwohner und den Regierungen von Kanada legen auch Kollektivrechte fest Zum Beispiel Das Nona-Wood-Abkommen über Landansprüche, 1933 Begründete den Anspruch der Inuit auf mehr als 350.000 Quadratkilometer Land in Nona-Wood Das umfassende Abkommen über Landansprüche der Satu Dena und der Metis 1994 Begründete die Rechte der Satu Dena und Metis auf 41.437 Quadratkilometer Land in den Nordwestterritorien und das Recht auf Selbstregierung Das Entabkommen der Niska, 2000, begründete die Rechte der Niska-Nation auf mehr als 1900 Quadratkilometer Land in Britisch-Kolumbien und das Recht auf Selbstregierung 2005 Das Voranschreiten benötigt eine neue Partnerschaft zwischen uns und eine neue Beziehung mit den First Nations, den Inuit und den Metis ein Verhältnis auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, Verantwortung und Zuständigkeit Wir erkennen die Vertragsrechte und die Rechte der Ureinwohner an, die in unserer Verfassung geschützt werden Das ist die Grundlage für unsere Beziehung Heute bestätigen wir nochmals unsere Verpflichtung, Selbstregierung und Verträge zu implementieren und die Rechte der Ureinwohner auf Land und Ressourcen zu beschließen Premierminister Paul Martin bei einer Ansprache zum Treffen der Ministerpräsidenten und Anführern der Ureinwohner in Kelowna, Britisch-Kolumbien, 24. November 2005 Premierminister Paul Martin gibt eine Stellungnahme beim Treffen der Ministerpräsidenten und Anführern der Ureinwohner in Kelowna, Britisch-Kolumbien, 24. November 2005 Überlege dir, wie könntest du die heutige Ansicht der kanadischen Regierung über die Vertragsrechte herausfinden? Wie identifiziert und analysiert man Informationsquellen? Es gibt viele verschiedenen Informationsquellen zum Beispiel Schriftliche Unterlagen wie Briefe, Zeitungsartikel, Tagebücher, Biografien, Rechtsurkunden, Zitate oder Interviews Webseiten und E-Mails Aufnahmen und Videos Fotos, Gemälde und Zeichnungen Artefakte wie Kleidung oder andere Gegenstände Verwende die folgenden Fragen und arbeite zusammen mit einem Partner, um zwei Beispiele von Informationen in diesem Abschnitt zu identifizieren Wie trägt die Quelle zu deinem Verständnis zu Themen über Kollektivrechte bei? Erstelle eine Tabelle, um deine Ideen zu ordnen Wie identifiziert und analysiert man Informationsquellen? Beispiel Ist es eine Primärquelle oder eine Sekundärquelle? Ist die Quelle zuverlässig und voller Kenntnisse über das Thema? Woher weißt du das? Welche Ansichten oder Perspektiven enthält die Quelle? Wie beeinflusst das ihre Gültigkeit? Wann wurde die Quelle erschaffen? Warum wurde sie erschaffen? Was besagt die Quelle über Kollektivrechte? Vergleiche zwei Quellen aus diesem Kapitel, um festzustellen, inwiefern sie die Kollektivrechte der First Nations, der Metis oder anerkannter Amtssprachen Minderheiten stärken Identifiziere die Abschnitte in der Charta der Rechte und Freiheiten, die mit den Kollektivrechten, die du beschreibst, verbunden sind Wende deine Forschungsfähigkeiten an und finde eine oder zwei zusätzliche Quellen, die deine Beispiele aus dem Kapitel unterstützen Im Skills Center auf den Seiten 360 bis 362 findest du Vorschläge für andere Arten von Quellen, die du erforschen kannst Schreibe einen Paragraf, um deine Informationen zusammenzufassen und teile sie deiner Klasse mit Wie unterscheiden sich Primärquellen und Sekundärquellen? Primärquellen stammen von Menschen, die ein Ereignis gesehen haben oder daran teilgenommen haben und dann ihre Reaktionen auf das Ereignis direkt aufgeschrieben haben Sekundärquellen stammen von Personen, die nicht bei dem Ereignis anwesend waren, oder Interpretationen von Ereignissen, die bereits stattgefunden haben Was ist der Indien-Act? Bis jetzt hat dieses Kapitel die Kollektivrechte der First Nations in den nummerierten Verträgen untersucht Diese Untersuchung erwähnte den Indien-Act, denn es ist wichtig, dass man versteht, wie die Regierung Kanadas die Vertragsrechte betrachtete Die nächsten zwei Seiten werden den Indien-Act eingehender untersuchen Die nummerierten Verträge bejahten die Verpflichtung der kanadischen Regierung, die Kollektivrechte der First Nations zu schützen Der Indien-Act war eine Methode, mit der die Regierung versuchte, das zu tun Der Indien-Act bestätigte die Kollektivrechte der First Nations Er besagte aber auch, dass jedes Reservat einen Beamten-Indianer-Agenten bekam, der die Macht hatte, einzeln zu bestimmen, wie die Regierung ihre Verpflichtungen erfüllen würde Das bedeutete, es gab viele Interpretationen der Vertragsrechte und es wurde von Fall zu Fall unterschiedlich entschieden Der Indien-Act stammt aus dem Jahr 1876 Zu der Zeit hielt die kanadische Regierung es für angebracht, Gesetze für die First Nations abzuschließen, ohne sie darüber zu konsultieren Dieses Verhalten geht auf Kanadas Kolonialvergangenheit zurück, wo Menschen europäischer Herkunft glaubten, ihre Kulturen seien anderen Kulturen überlegen, der Ethnozentrismus Das Gesetz bestimmt, wer als Status Indianer und mit Vertragsrechten zugelassen wird Das bedeutet, dass die föderale Regierung nicht die First Nations solche Entscheidungen kontrolliert Der Indien-Act war und ist ein Mittel der Regierung, Vertragsrechte an Vertragsvölker zu erteilen Das Gesetz hatte ursprünglich das Ziel, die Völker der First Nations zu assimilieren OS legte fest, wie Völker der First Nations ihre Geschäfte leiten mussten, zum Beispiel Assimilieren, ein Teil einer anderen kulturellen Gruppe werden Der Ethnozentrismus, der Glaube, dass die eigene Kultur allen anderen Kulturen überlegen ist Der Indien-Act, föderale Gesetzgebung in Bezug auf die Rechte und den Status der Völker der First Nations, Status Indianer Das Gesetz wurde 1876 verabschiedet und mehrmals geändert Wusstest du das? Nach Abschnitt 87 des Indien-Act zahlen manche First Nations, die in Reservaten leben, keine Steuern Die meisten First Nations zahlen aber doch Steuern Wahlen, obwohl die First Nations ihre eigenen Wege und Verfahren hatten, sich zu regieren Zu bestimmten Zeitpunkten in seiner Geschichte beschränkte das Gesetz Die Reisefreiheit der First Nations Völker Ihr Recht, politisch zu handeln Ihr Recht, traditionelle Gewänder zu tragen Ihr Recht, an traditionellen Zeremonien teilzunehmen Bis zum Jahr 1960 verlangte das Gesetz von den First Nations, ihre gesetzliche Identität aufzugeben, um das Wahlrecht zu erhalten Druck von den First Nations hat dazu beigetragen, dass die kanadische Regierung den Indien-Act mehrmals abgeändert hat Der Act ist bis zum heutigen Tag in Kraft Verbindung zu den großen Ideen Erster Warum würde das Indianer-Gesetz die Identität der First Nations einerseits bestreiten, andererseits auch bestätigen? Schlage eine Antwort vor und unterstütze sie durch Beweismittel von dieser Seite Zweiter Wie könntest du deine Antwort mit den Ansichten der First Nations überprüfen? Skizziere einen kurzen Forschungsplan, um die Ansichten der First Nations in Alberta zu erfassen Auf den Seiten 355 bis 359 im Skills Center findest du Tipps für einen Forschungsplan Änderungen am Indien-Act Die First Nations und die kanadische Regierung stimmen darin überein, dass der Indien-Act aktualisiert werden muss Die First Nations lehnten aber einen ersten Vorschlag der Regierung 2002 ab Welche Themen zur Aktualisierung des Gesetzes werden im folgenden Artikel angesprochen? Das Problem identifizieren und ansprechen Was sollte mit dem Indien-Act gemacht werden? Folge den Schritten im Abschnitt das Problem identifizieren und ansprechen, auf den Seiten 12 und 13 Welche Individuen und Gruppen werden von diesem Thema betroffen? Wie verbindet es sich mit ihrem Sinn für Gemeinschaft und kollektive Identität? Der sechsjährige Erin Turkey von der Six Nations of the Grand River in Ontario nimmt zusammen mit dem ältesten Gordon Lee von der erminischen Queen Nation in Alberta an einem Protest teil, um auf Parliament Hill gegen das Gesetz zur Staatsführung der First Nations zu demonstrieren Den historischen Kontext analysieren In diesem Kapitel hast du Gesetze über die Kollektivrechte einiger Völker Kanadas untersucht Diese Gesetze umfassen Verträge 6, 7 und 8, den Indien-Act und die Verfassung Kanadas Auf den nächsten Seiten des Kapitels wirst du Informationen über andere Gesetze und Kollektivrechte finden Kollektivrechte haben ihre Wurzeln in der Geschichte Wie kann ein gutes Verständnis des historischen Kontexts dir dabei helfen, Kollektivrechte und ihre Rolle in der heutigen kanadischen Gesellschaft zu verstehen? Wie kann man den historischen Kontext analysieren? Die Analyse des historischen Kontexts trägt dazu bei, die Ereignisse der Vergangenheit besser zu verstehen Man kann zum Beispiel ein Gesetz betrachten und erforscht dabei die Zeit, in der das Gesetz abgeschlossen wurde Wenn du ein Gesetz untersuchst, musst du auch Ereignisse der Vergangenheit erforschen, die das Gesetz vielleicht beeinflusst haben Du solltest auch Ansichten und Perspektiven aus der Vergangenheit recherchieren, die mit dem Gesetz in Verbindung stehen Das hilft dir, besser zu verstehen, wie und warum das Gesetz entstanden ist Wenn du den historischen Kontext verstehst, kannst du auch eine informierte Meinung zu Themen entwickeln Versuche eines der Gesetze, die in diesem Kapitel besprochen werden Wähle ein Thema aus der folgenden Liste Die Fragen in der Tabelle kannst du verwenden, um den historischen Kontext des Gesetzes zu analysieren Gesetze, die Kollektivrechte bekräftigen Verträge 6, 7 und 8 Der Indian Act Offizieller Bilingualismus Thema, Vertag 8 Bildungsrechte für Sprachminderheiten Das Manitobar-Gesetz Abschnitt 35 der Verfassung Frage Notizen Erster, wann wurde das Gesetz beschlossen? 1899 Zweiter, welche Ereignisse beeinflussten das Gesetz? Die königliche Proclamation von 1763, der Verlust der Büffel Dritter, welche Ansichten und Perspektiven beeinflussten das Gesetz? First Nations Perspektive Vertrag 8 war ein dauerhafter Vertrag Zwischen zwei Nationen Ansichten der Regierung Die koloniale Haltung, dass nicht europäer geführt werden müssen Vierter, welche Fragen zu dem Gesetz sind mit der Zeit entstanden? Inwiefern hat Kanadas Regierung die Bestimmungen des Vertrags respektiert? Wie sollten Kanadier auf die Kollektivrechte der First Nations in Vertrag 8 reagieren? Fünfter, warum sind diese Probleme entstanden? Die Regelwerke der Regierung mit Bezug auf die Internatsschulen, weil Der Einfluss des Indianakts auf die First Nationsvölker, weil Sechster, wie wirkt sich das Gesetz auf die Gemeinschaft aller Kanadier heute aus? Die First Nationsvölker, die Vertrag 8 streben noch heute die Bestätigung ihrer Vertragsrechte an, sodass Lies die Tabelle genau durch Wie ist der Bezug zwischen den Fragen und der Perspektive der First Nationsvölker, Vertrag 8? Wähle eine Frage aus und beschreibe einen Zusammenhang Welche kollektiven Rechte haben offizielle Sprachminderheiten im Rahmen der Charta? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt gibt es Informationen über die Kollektivrechte der Frankofonen, die in der Charta der Rechte und Freiheiten stehen. Hier findest du Eine Karte, die Sprachmehrheiten und Sprachminderheiten in Kanada zeigt Interviews mit einer Frankofonen-Schülerin und einem Anglophonen-Schüler, in denen sie erklären, wie Kollektivrechte ihre Lebensqualität beeinflussen Hintergrundinformationen mit Bezug auf die Rechte von Amtssprachengemeinden in Kanada Ablaufpläne, die Auswirkungen dieser Rechte in Alberta und Québec zeigen Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte darauf Welche Herausforderungen und Möglichkeiten Frankofone bei der Erhaltung ihrer Kultur und Identität haben Wie effektiv die Charta für die Förderung der Frankofonen-Identität ist Der Anglophone, eine Person, deren Muttersprache Englisch ist Der Frankofone, eine Person, deren Muttersprache Französisch ist Die Amtssprachengemeinde, eine der Gruppen in der kanadischen Gesellschaft, deren Angehörige eine offizielle Sprache Kanadas, Französisch oder Englisch als Muttersprache sprechen Diese Frankofone-Schule in Fort M. Siemery hat Klassen vom Kindergarten bis Klasse 12 der Alberta hat Frankofone-Schulen, um die Bildung von Franco-Albertanern als offizielle Sprachminderheit zu sichern Dieses Recht wird in der kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten anerkannt und geschützt Welche kollektiven Rechte haben offizielle Sprachminderheiten im Rahmen der Charta? Worum geht es in diesem Abschnitt? In diesem Abschnitt gibt es Informationen über die Kollektivrechte der Frankofonen, die in der Charta der Rechte und Freiheiten stehen Hier findest du Eine Karte, die Sprachmehrheiten und Sprachminderheiten in Kanada zeigt Interviews mit einer Frankofonen-Schülerin und einem Anglophonen-Schüler, in denen sie erklären, wie Kollektivrechte ihre Lebensqualität beeinflussen Hintergrundinformationen mit Bezug auf die Rechte von Amtssprachengemeinden in Kanada Ablaufpläne, die Auswirkungen dieser Rechte in Alberta und Québec zeigen Was solltest du beachten? Während du diesen Abschnitt liest, achte darauf Welche Herausforderungen und Möglichkeiten Frankofone bei der Erhaltung ihrer Kultur und Identität haben Wie effektiv die Charta für die Förderung der Frankofonen-Identität ist Der Anglophone, eine Person, deren Muttersprache Englisch ist Der Frankofone, eine Person, deren Muttersprache Französisch ist Die Amtssprachengemeinde, eine der Gruppen in der kanadischen Gesellschaft, deren Angehörige eine offizielle Sprache Kanadas, Französisch oder Englisch als Muttersprache sprechen Diese Frankofone-Schule in Fort M. Siemery hat Klassen vom Kindergarten bis Klasse 12 der Alberta hat Frankofone Schulen, um die Bildung von Franco-Albertanern als offizielle Sprachminderheit zu sichern Dieses Recht wird in der kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten anerkannt und geschützt Ohne Eleve Pale Eine Schülerin spricht Rachel St. Laurent besucht die 10. Klasse der Ecole Heritage, einer Frankofonenschule in Fallher, Alberta Die Schule wurde 1988 aufgrund der Rechte unter Abschnitt 23 der Kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten, siehe unten, gegründet Rachel wohnt in Sengisadore, einer Frankofonengemeinde in der Nähe von Peace River Frankofone in Alberta gehören einer offiziellen Sprachminderheit in Kanada an Ich besuche seit dem Kindergarten eine Frankofone Schule Meine ganze Familie ist Frankofon Ich bin der Meinung, es ist wichtig, eine Frankofone Schule zu besuchen, denn es zeigt meiner Gemeinde, dass ich mir wirklich die Mühe mache, mich für Französisch zu engagieren Ich will die französische Sprache mein ganzes Leben lang behalten und möchte sie auch an meine Kinder weitergeben Ich denke, es ist wichtig für mich und für meine Gemeinde, dass ich mein Französisch behalte und auch zeige Es beweist, dass jeder anders ist und keiner besser als ein anderer ist, nur weil man eine andere Sprache spricht Französisch ist die Muttersprache von fast allen in Sengisadore Wenn ich meinen Schulabschluss habe, möchte ich Friseuse werden Meine Freunde und ich wollen unser eigenes Geschäft besitzen Also wird es wirklich nützlich sein, Französisch und Englisch sprechen zu können Ich bin glücklich darüber, bilingual zu sein Manchmal mache ich mir Sorgen, mein Französisch zu verlieren Ich muss mir Mühe geben, jeden Tag Französisch zu sprechen, denn in Alberta spricht fast jeder Englisch Was ist eine Frankofone Schule? Rachesschule, Ecole Heritagee, ist eine von 26 Frankofonenschulen in Alberta Diese Frankofonenschulen und Schulbehörden sind ein Recht der Frankofoneminderheit in Alberta unter Abschnitt 23 der Kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten, genau wie Anglophonenschulen ein Recht der Anglophoneminderheit in Québec sind Frankofonenschulen bieten Unterricht für Frankofonenschüler, Schüler, deren Muttersprache Französisch ist Sie unterscheiden sich von Immersionsschulen für Französisch, die auch Französisch unterrichten, aber deren Schüler nicht Französisch als Muttersprache haben Frankofonenschulen stärken die Identität der Frankofonenschüler, ihrer Familien und ihrer Gemeinden Die offizielle Sprachminderheit, eine Gruppe, die eine der beiden offiziellen Sprachen Kanadas spricht, Englisch oder Französisch, aber nicht die Mehrheit der Bevölkerung in einer Provinz bildet Wie beeinflussen Rachels Rechte als Frankofone ihre Lebensqualität? Welche Sorgen einer Person von einer Sprachminderheit spricht Rachel an? Devin Menz ist ein englisch sprechender Schüler, der die Québec High School in der Stadt Québec besucht Die Québec High School ist eine von vielen Schulen in der Provinz Québec, die Unterricht für Anglophone anbietet Wie die Frankofonenschulen in Alberta, existiert Devin's Schule aufgrund des Rechts der Anglophonen als offizielle Sprachminderheit in Québec Ich bin bilingual, aber Englisch ist meine Muttersprache Die englische Sprache fällt mir viel leichter Meine Familie spricht zu Hause Englisch Ich bin der Meinung, es ist wichtig, eine englische Schule zu besuchen, weil Englisch meine Muttersprache ist Ich glaube, ich habe das Recht, in meiner Muttersprache ausgebildet zu werden Außerdem ist Englisch die Sprache, die mir die meisten Möglichkeiten bietet, in dem Bereich, worin ich später arbeiten will Ich interessiere mich für Naturwissenschaften und da wird meistens Englisch gesprochen Ich glaube, mein Leben ist ähnlich zu dem Leben der Schüler, die dort wohnen, wo Englisch die Mehrheitssprache ist Der größte Unterschied ist wohlmöglich im Alltag Ich muss die französischen Ausdrücke im Lebensmittelgeschäft kennen Außer in der Schule und zu Hause muss ich die meiste Zeit französisch sprechen Zum Beispiel spiele ich in einer Baseballmannschaft und alle meine Mitspieler sind Frankofon Ich mache mir keine Sorgen, dass ich meine Identität verliere, weil ich in Québec wohne Im Gegenteil, hier zu wohnen stärkt meine Identität als Anglophoner noch mehr Hier gibt es nur wenige wie wir In der Stadt Québec sind weniger als 5R Menschen Anglophon Man ist sich mehr bewusst, eine englisch sprechende Person zu sein, wenn man sich in einer französisch sprechenden Gesellschaft befindet Welche Charta-Rechte haben amtssprachliche Gruppen? Offizieller Bilingualismus Abschnitte 16 bis 20 der Charta setzen französisch und englisch als Amtssprachen für Kanada fest Diese Abschnitte begründen auch Neubraunschweig als offiziell bilinguale Provinz Das Recht auf Bildung für Sprachminderheiten Abschnitt 23 der Charta legt fest, dass eine französischsprachige oder eine englischsprachige Minderheit von ausreichender Größe in irgendeiner Provinz das Recht auf öffentlich finanzierte Schulen hat, die ihrer Sprachgemeinde dienen Auf welche Weise reflektieren und bekräftigen die Kollektivrechte und die Identität der Frankophonen ihre Geschichte? Öffentlich finanziert, von Steuern bezahlt und von der Regierung zur Verfügung gestellt Die Rechte der Frankophonen im heutigen Kanada spiegeln ihre tiefen Wurzeln in der Geschichte Kanadas wider Frankophone in Québec und in Kanada haben die Gesetzgebung dahingehend unterstützt, dass ihre Sprache geschützt und ihre Kultur bewahrt wird 1608 Samuel de Champlain gründet die Stadt Québec und errichtet Neufrankreich in Nordamerika 1774 Großbritannien verabschiedet das Québec-Gesetz, Québec Act, das die Rechte der Frankophonen auf ihre Sprache und Identität anerkennt 1867 Die Konföderation etabliert Kanada als Billingt-Wahle, Bikulturelle Nation unter dem British North America Act, BNA 1969 Das Amtssprachengesetz bekräftigt erneut die Gleichheit von Französisch und Englisch als Amtssprachen Kanadas, wie es bei der Konföderation festgelegt wurde 1982 Die Charta der Rechte und Freiheiten bestätigt den offiziellen Bilingualismus und bestimmt die Rechte der offiziellen Sprachminderheiten auf Bildung Frankreich gründete die erste dauerhafte europäische Siedlung in dem Land, das später Kanada wurde und entwickelte während des Pelzhandels wichtige Beziehungen mit den First Nations Dieses Bild, gemalt von Samuel de Champlain, zeigt die Habitation, die Frankreich 1608 bei Québec gebaut hat Wie hat die Charta die Bildung für Frankophone beeinflusst? Woher stammen die Charta-Rechte für amtssprachige Gruppen? Die Rechte der Frankophonen und der Anglophonen sind Teil dessen, was die Konföderation und somit auch Kanada ermöglichte Unter dem British North America Act, BNA Act, von 1867, gründete die Konföderation Kanada als bilinguales, bikulturelles Land mit Rechten für Frankophone und Anglophone Französisch und Englisch wurden Amtssprachen des kanadischen Parlaments Sie garantierte Schulen für die protestantische Minderheit in Québec und Schulen für katholische Minderheiten im restlichen Kanada Zu der Zeit bedeutete der Rest Kanadas, Ontario, Neuschottland und Neubrunnschweig Diese religiösen Rechte entsprachen den Trennungen zwischen dem Englischen und dem Französischen da die meisten Protestanten Englisch sprachen und die meisten Katholiken Französisch John R. MacDonald, links, und George, Etienne Cartier, rechts, trieben das Frankophon-Anglophon-Bündnis bei der Gründung der Konföderation voran Dafür gab es mehrere Gründe, unter anderem, den Wunsch, unabhängig und individuell gegenüber den Vereinigten Staaten zu bleiben Dieses Bündnis wäre ohne die Verpflichtung zu den Rechten, die Kanadas Frankophone und Anglophone Identität bekräftigen, nicht zustande gekommen Überlege dir, inwieweit wäre das Leben in Kanada heute anders, wenn man sich 1867 nicht zu dieser Verpflichtung bekannt hätte Wusstest du das? Die Konföderation errichtete Kanada als bilinguales, bikulturelles Land, in dem das Recht auf Bildung den Protestanten und den Katholiken zustand Die Gleichstellung der Frankophonen und Anglophonen war jedoch jahrelang mehr ideal als Realität, besonders dort, wo die Frankophonen in der Minderheit leben Inwiefern haben die folgenden Gesetze und Beschlüsse die Grundprinzipien der Konföderation infrage gestellt? 1890 Das Manitoba-Schulgesetz Manitoba ist 1870 als bilinguale Provinz mit Rechten auf öffentlich finanzierte katholische Schulen für Frankophone Gemeinden und protestantische Schulen für Anglophone Gemeinden der Konföderation beigetreten Obwohl diese Rechte von Louis Riel schwer erkämpft worden und von zentraler Bedeutung für den Eintritt Manitobas in die Konföderation waren, erklärte das Manitoba-Schulgesetz Dass die öffentliche Finanzierung der katholischen Schulen abgeschafft wird Dass Manitoba offiziell eine einsprachig englische Provinz ist 1892 der Haultine-Beschluss und die Rechtsverordnung Nummer 22 für die Nordwestterritorien Bevor Alberta eine Provinz wurde, war dieses Gebiet Teil der Nordwestterritorien Die Territorien waren offiziell bilingual und hatten dadurch öffentlich finanzierte katholische und protestantische Schulen Der Haultine-Beschluss wurde vom Ministerpräsidenten des Territoriums Frederick Hortion vorgeschlagen und von der Territoriumsversammlung verabschiedet Der Beschluss sah vor, dass alle Versammlungsvorgänge nur noch auf Englisch geführt wurden Rechtsverordnung Nummer 22 verlangte, dass Englisch als Unterrichtssprache in allen Schulen verwendet wurde Welche Auswirkungen hätten die auf dieser Seite beschriebenen Gesetze für eine Sprachminderheit? Entscheidungen über die Unterrichtssprache und die Sprache der Regierung hatten eine direkte Auswirkung auf die Leben der Frankophonen in Alberta, wie zum Beispiel die Vasseur-Familie in Sylvain Lake Dieses Foto entstand im Jahr 1908 Die Charta und das Recht auf Bildung für offizielle Sprachminderheiten Als Premierminister Pierre Trudeau 1982 die Heimführung der kanadischen Verfassung beabsichtigte, sah er eine Gelegenheit, Kanadas Verpflichtung zu Amtssprachenrechten zu erneuern Diese Verpflichtung wurde 1867 im BNA-Ekt und 1969 im Amtssprachengesetz festgelegt Für besonders wichtig hielt er Abschnitt 23, worin die Rechte auf Bildung für offizielle Sprachminderheiten festgelegt wurden Was sagt die folgende Tabelle über die Auswirkungen von Abschnitt 23? Die Charta und die Rechte von Frankophonen auf Bildung in Alberta Ursache 1982 Die Charta der Rechte und Freiheiten wird Teil der Verfassung Kanadas Auswirkung – Frankophone Schulen 1983 Frankophone Eltern beginnen ihre Lobbyarbeit für das Recht auf Bildung für Sprachminderheiten nach Abschnitt 23 der Charta 1984 Die ersten zwei öffentlich finanzierten Frankophonen-Schulen werden in Calgary und Edmonton eröffnet Die Gegenwart – Alberta hat 26 öffentlich finanzierte Frankophoneschulen Auswirkung – Frankophoneschulbehörden 1983 Frankophone Eltern in Alberta setzten eine Chartaanfechtung in Bewegung, um ihr Recht auf Frankophoneschulbehörden durchzusetzen 1900 Der oberste Gerichtshof bestätigt das Recht Die Gegenwart – in ganz Kanada haben Frankophone außerhalb Québecs mehr als 25 Schulbehörden gegründet, darunter fünf in Alberta Verbindung zu den großen Ideen Erster erstelle ein Diagramm, das dein Verständnis über den Zusammenhang von Sprache Und Identität darstellt Zweiter Wie effektiv unterstützt die Charta die Identität der Frankophonen als Minderheit? Erkläre das Einem Partner Dritter Inwiefern sollten provinzielle und föderale Regierungen in Kanada das Recht auf Bildung für Offizielle Sprachminderheiten unterstützen und fördern? Stütze deine Position mit drei Argumenten aus der Geschichte dieser Rechte Erkläre, wie die Einbeziehung dieser Rechte in die Charta deine Antwort beeinflusst Vierter Welche Sprachen werden von provinziellen und territorialen Regierungen heutzutage anerkannt? Suche aktuelle Informationen online Frankophone Rechte in die Tat umsetzen Es ist eine Sache, ein Recht zu haben, aber eine andere Sache, das Recht zu beanspruchen Ein Recht verändert dein Leben nur, wenn du es anwendest Nur weil ein Recht in der Charta verankert ist, heißt es nicht, dass etwas automatisch passiert 1982 waren die Rechte unter Abschnitt 23 neu für uns, sie waren für alle neu Also war der erste Schritt, ein Verständnis darüber zu schaffen, was uns das Recht gewährte Dann mussten wir anderen beibringen, was das Recht bedeutete, dass Frankophone in Alberta eigene Schulen mit Französisch als Muttersprache gründen dürften, die sich von den anderen Schulen unterschieden Das war das gleiche Recht, das die englischsprachige Minderheit in Quebec schon seit der Konföderation hatte Das hat einige Leute verärgert Aber Frankophone brauchen Frankophone Schulen, diese eine Sache speziell für uns Wir brauchen das, damit unsere Gemeinde überleben kann Damit Frankophone Schüler Mitglieder unseres Lands und der Welt werden können, müssen sie ihre Muttersprache lernen und zwar in einer Umgebung, die ihre Identität fördert Sie müssen von anderen Frankophonen lernen, sie müssen die Geschichte hören und die Geschichte lernen Sie sollen die Geschichte nicht einfach nur nacherzählen, sondern gestalten und neue Wege finden, was es bedeutet, Frankophon zu sein Menschen, die sich in der Mehrheit befinden, müssen sich um ihre Identität keine Gedanken machen Sie finden überall Unterstützung Aber für uns ist das leider nicht so Wenn man Teil der Frankophonen Minderheit ist, ist man von der englisch sprechenden Welt umgeben Wenn man nicht Acht gibt, kann es passieren, dass man assimiliert wird Durch Frankophone Schulen wird man sich bewusst, dass man die Wahl hat Frankophoner zu bleiben, ist eine Entscheidung Diese Entscheidung muss man bewusst und oft treffen Dass das Recht existiert und dass ich es in Anspruch nehmen kann, macht mich als Bürger stolz Ich lebe in einem Land, das mir erlaubt zu sagen, ich bin legitim Ich habe das Recht, hier zu sein Ich freue mich darüber für mich selbst, für meine Familie, für meine Gemeinde und für Kanada Profilaufforderung, denke kritisch Wie trägt der Bilingualismus dazu bei, eine Gesellschaft aufzubauen, zu der alle Kanadier gehören? Claudette Roy, CM führte ihre Gemeinde bei der Gründung der ersten öffentlich finanzierten Frankophonenschule in Edmonton 1984 an Zuvor war in Abschnitt 23 der Charta der Rechte und Freiheiten das Recht auf Bildung für offizielle Sprachminderheiten in der Verfassung Kanadas verankert worden Im Jahr 2000 wurde ihr aufgrund ihrer Leistung im Gebiet Bildung das Order of Canada verliehen Aufforderung, denke kritisch Warum ist die Bestätigung der Kollektivrechte Teil von Gemeinschaft? Wie trägt das zum Bau einer Gesellschaft bei, zu der Menschen mit unterschiedlichen Identitäten und Perspektiven gehören können? Wie beeinflusst die Charta die Identität der Frankophonen in Québec? Im Jahr 1977 verabschiedete die Regierung Quebecks die Charte de la Langue Francaise, Charta der französischen Sprache, oder Gesetzentwurf 101. verwendet das Material auf dieser Seite, um den Zusammenhang dieses Gesetzes mit der Frankophonen-Identität in Québec herzustellen und darüber hinaus die Auswirkung der Charta der Rechte und Freiheiten auf das Gesetz zu zeigen 1977 Gesetzentwurf 101 Charte de la Langue Francaise Dieses Québec-Gesetz setzt Regeln fest, um die französische Sprache in Québec zu schützen und zu fördern Es nennt folgende Gründe Französisch sprechende Menschen sind eine eigene Füllkehrschaft und die französische Sprache ist das, was ihre Identität zum Ausdruck bringt Die Menschen Quebecks wollen, dass Französisch die Regierungssprache, die tägliche Arbeitssprache und die Sprache der Bildung und Wirtschaft ist Vor der Charta-Regel Geschäftliche Schilder dürfen nur auf Französisch geschrieben werden Regel Frankofone und Einwanderer müssen Frankofone Schulen besuchen 1982 Rechte unter Abschnitt 23 der Charta der Rechte und Freiheiten Redefreiheit Anglophone Geschäfte streben das Recht an, die englische Sprache auf Schildern verwenden zu dürfen Gleichheitsrechte Nach der Charta 1988 Entscheidung des obersten Gerichtshofes Das Gesetz kann vorschreiben, dass Schilder auf Französisch geschrieben werden Es kann jedoch nicht verbieten, dass Englisch zusätzlich verwendet wird Das Gesetz kann vorschreiben, dass Französisch mehr im Vordergrund steht als Englisch 2005 Entscheidung des obersten Gerichtshofes Frankofone Eltern haben nicht das Recht, ihre Kinder in anglophonen Schulen in Québec unterrichten zu lassen, da das die Vorschrift missachtet, die frankofone Identität als Minderheitenkultur in Kanada zu schützen Einwanderer haben dieses Recht, wenn ihre Kinder schon auf Englisch unterrichtet worden sind Dieser Parkscheinautomat in Montreal reflektiert das Gesetz über gewerbliche Schilder in Québec Beide Sprachen, Französisch und Englisch sind zu sehen, aber Französisch ist auffälliger, da es zuerst verwendet wird Überlege dir, warum haben Kanadier unterschiedliche Meinungen darüber, was dieses Schild über die Bestätigung der frankofonen Identität in Québec aussagt Frankofone und Einwanderer streben in Québec das Recht an, ihre Kinder auf Englisch zu unterrichten Verbindung zu den großen Ideen Erste Gemeinschaft bedeutet eine Gesellschaft aufzubauen, die dich und alle einschließt Wie beeinflussen die Kollektivrechte der Frankofonen die Gemeinschaft? Überlege drei Arten, wie dir Rechte für offizielle Sprachminderheiten in Kanada deine Verantwortung als kanadischer Bürger beeinflussen Zweiter liest die folgende Aussage des Parlamentmitglieds in Montreal, Dennis Cotre Welche Verantwortung für Gemeinschaft reflektiert sie? Dritter, warum haben manche Frankofonen eine andere Perspektive über die Bedeutung der Charta als Dennis Cotre? Vierter, schreibe und veröffentliche mit Hilfe elektronischer Hilfsmittel einen Leitartikel, in dem du deine Meinung über die folgende Frage mitteilst Wie beeinflussen Kollektivrechte die Lebensqualität aller Menschen in Kanada? Begründe deine Ideen mit Fakten und Beispielen aus diesem Abschnitt Die Charta der Rechte und Freiheiten besagt, dass man zur gleichen Zeit gleich und verschiedenartig sein kann Das ist das Ziel der Charta der Rechte und Freiheiten, deine Freiheiten zu schützen und deine Identität zu wahren, deinen Platz in diesem großen Land Die Charta besagt, dass wir unterschiedlich voneinander sein dürfen und dass wir doch alle erstklassige Bürger sind In Kanada glauben wir daran, unsere verschiedenen Kulturen zu teilen und gleichzeitig voll an Gesamtfragen beteiligt zu sein Das ist das Schöne an unserem Land Die Charta reflektiert unser gemeinsames Ziel, unsere verschiedenen Identitäten in Kanada zu vereinen und nicht, sie zu ersetzen Die Charta ist ohne Zweifel ein Grundgesetz, das festlegt, wer wir als Kanadier sind Wie wirken sich die Kollektivrechte nach Meinung von Dennis Cotre auf die Lebensqualität aller Menschen in Kanada aus? Dennis Cotre ist Parlamentsmitglied aus Montreal Im Jahr 2002 war er Minister für Staatsbürgerschaft und Immigration Überlege dir, inwiefern beeinflusst die Charta die Lebensqualität von Dennis Cotre ist? Welche Gesetze erkennen die Kollektivrechte der METIS an? Worum geht es in diesem Abschnitt? Dieser Abschnitt beschreibt die Geschichte der Rechte der METIS in Kanada Hier findest du Eine kommentierte Zeitleiste von Ereignissen und Gesetzgebung, die Auswirkungen auf die Rechte der METIS haben Ein Interview mit einem Anführer der METIS, der eine Perspektive über ihre Kollektivrechte vorstellt Was solltest du beachten? Die METIS gelten als Ureinwohner Kanadas unter Abschnitt 35 der kanadischen Verfassung Im Gegensatz zu den Fürstnations haben die METIS aber keine historischen Abkommen mit der kanadischen Regierung abgeschlossen Als Ureinwohner betrachten die METIS ihre Rechte auf Gebiete und traditionelle Landnutzungsrechte als unveräußerliche Rechte Der folgende Abschnitt enthält eine Zeitleiste der Ereignisse, die sich auf die Anerkennung dieser Rechte für die METIS in Kanada beziehen Heute werden die METIS von verschiedenen Organisationen vertreten Dieses Kapitel erläutert die Perspektiven von zwei dieser Organisationen in Alberta Die METIS Nation und das METIS Settlements Generalkounsel Es werden auch andere Ansichten und Perspektiven bezüglich der Zeitleiste besprochen Insbesondere die Ansichten der kanadischen Regierung Während du die Zeitleiste untersuchst, achte auf Die Ansichten und Perspektiven, die im Laufe der Zeit eine Auswirkung auf die Bestätigung der Rechte der METIS hatten Wie die METIS Abschnitt 35 der Verfassung angewendet haben, um ihre Rechte auszuüben 1869 bis 1870 Auf den Retriever-Widerstand der METIS reagierte die Regierung von Kanada mit dem Manitoba-Akt Dieser Akt begründete Manitoba als bilinguale Provinz mit Rechten auf Bildung für Katholiken und Protestanten, sowie Rechten der METIS auf Land Er legte fest, dass den METIS zusätzlich zu den Farmen, die sie entlang des Retrievers aufgebaut hatten Mehr als 500.000 Hektar Land zugeteilt wurde Der Landschein-Skript in der Geschichte der METIS war das ein Dokument, das gegen Land eingetauscht werden konnte Es wurde den METIS zu der Zeit angeboten, als die nummerierten Verträge ausgehandelt wurden Auf diesem Foto sieht man die provisorische Provinzregierung, mit Louis Riel als Präsident, die 1869 von den METIS der Retrieversiedlung eingerichtet wurde Als METIS und als Frankophoner mit katholischen Wurzeln verteidigte Riel die Rechte der METIS und der Frankophonen in dem Gebiet, das später Westkanada wurde Die Einrichtung der provisorischen Regierung reflektierte die Perspektive der Frankophonen und der METIS in Retriever, dass die Regierung Kanadas mit ihnen über ihren Beitritt zu Kanada verhandeln sollte Bis zum Zeitpunkt des Retriever-Widerstands war die kanadische Regierung der Ansicht, solche Verhandlungen seien nicht nötig 1875 bis 1879 Anstatt das Land der METIS in Manitoba zu etablieren, gab die Regierung Kanadas Landscheine an die METIS aus In manchen Fällen hatten die METIS die Wahl, entweder Landscheine anzunehmen oder, tritt die Indians, unter einem nummerierten Vertrag zu werden Die Regierung Kanadas war der Ansicht, dass die METIS nicht die gleichen Landrechte wie die Fürstnations hatten und dass sie keine Reservate nötig hatten Die METIS-Perspektive war, und ist noch, dass die METIS als Ureinwohner Rechte auf Land haben Dieses Foto zeigt einen Landschein, ausgestellt an Baptiste Forcier am 23. Juni 1894 Der Schein konnte gegen Land eingetauscht werden Die METIS fanden es aber schwierig, die Landscheine zu benutzen, da sie gern ein großes Gebiet haben wollten, damit sie nah beieinander leben konnten Viele der METIS verkauften ihre Landscheine und verließen Manitoba Sie zogen nach Westen, in das Gebiet, das später Saskatchewan und Alberta wurde Der Nordwestwiderstand hatte zum Ziel das METIS-Land im heutigen Saskatchewan zu schützen, als die Eisenbahn und die Siedler weiter nach Westkanada kamen Die Kanadier hatten und haben noch unterschiedliche Interpretationen über dieses Ereignis in der kanadischen Geschichte Für viele METIS war es ein Weg, ihre Rechte zu behaupten, genau wie beim Widerstand am Retriever Für andere, einschließlich der kanadischen Regierung zu der Zeit, war es ein Versuch, Kanadas Autorität zu stürzen Louis Riel führte den Nordwestwiderstand, der in einem militärischen Konflikt zwischen den METIS und der Regierung Kanadas endete Die METIS hatten eine Petition über ihre Landesrechte an die kanadische Regierung geschickt, aber die Regierung hat darauf nicht geantwortet Historiker analysieren noch heute, warum die Regierung Kanadas nicht geantwortet hat, hat die Regierung die Petitionen nicht beachtet oder abgewiesen Louis Riel wurde vor Gericht gestellt und am 16. November 1885 wegen Hochverrats verurteilt und gehängt Damals stimmten die kanadische Regierung und auch viele Anglophone der Verurteilung Riels zu Die meisten Frankophonen waren dagegen und sahen darin einen Verrat des Frankophon-Anglophon-Vertrags aus der Gründung der Konföderation Heute halten viele Kanadier, darunter Frankophone, Anglophone und METIS Louis Riel für einen Vater der Konföderation, der die Rechte der Ureinwohner und Frankophonen in Westkanada bewahrt hat 1896 bis 1910 Diese Gräber bei Batoche sind an der Stelle, wo 1885 der Hauptkampf stattfand Die Gräber repräsentieren Werte und Ansichten der Geschichte, die Menschen, die dort gefallen sind, sowohl METIS als auch Regierungssoldaten, glaubten so fest an ihre unterschiedlichen Ansichten zu Fragen der METIS-Rechte, dass sie ihre Leben dafür opferten Die METIS-Siedler errichteten Farmen bei St. Paul des METIS in der Nähe des heutigen St. Paul, Alberta, auf dem Land, das die katholische Kirche bereitgestellt hatte Die METIS hatten jedoch keinen Anspruch auf dieses Land und mussten wegziehen, als die Siedlung beschlossen wurde Aufforderung, denke kritisch Inwieweit besteht eine Verbindung zwischen der Komplexität der Ansichten und Perspektiven über Louis Riel und der heutigen Gemeinschaft in Kanada? 1938 L'Assoziation des METIS de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest setzten sich bei der Regierung von Alberta dafür ein, Land für die METIS bereitzustellen Die Regierung Albertas verabschiedete 1938 den METIS-Population Betterment Act, worauf zwölf provisorische METIS-Siedlungen gegründet wurden Das war das erste Mal in der Geschichte Kanadas, dass eine Regierung den METIS-Land bereitgestellt hat 1940 bis 1960 Die provisorischen Siedlungen bedeuteten aber nicht, dass die METIS Kontrolle über das Land hatten Als sich vier Siedlungen als ungeeignet für Landwirtschaft, Jagd oder Fischen erwiesen, wurden die Siedlungen aufgegeben und das Land ging wieder an die Regierung Albertas zurück James Brady, Malcolm Norris, Felix Carliho, Peter Tompkins und Joseph Dion gründeten 1932 während der Weltwirtschaftskrise L'Assoziation des METIS de l'Alberta, die heutige METIS-Nation von Alberta Die Assoziation ergriff Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der METIS, weil viele sehr unter der Wirtschaftskrise litten Sie setzte sich für METIS-Siedlungen ein, waren sich aber nicht darüber einig, welche Rolle das Land in der Zukunft der METIS spielen sollte James Brady, zum Beispiel betrachtete die Siedlungen als etwas temporäres, als etwas, das die METIS nicht immer brauchen würden Wie beweisen die Informationen auf dieser Seite, dass die METIS unterschiedliche Perspektiven haben? Welche weiteren Beispiele von unterschiedlichen Ansichten und Perspektiven kannst du in diesem Abschnitt finden? 1982 Die METIS setzten sich für die Anerkennung der METIS-Rechte in der Verfassung Kanadas ein Als die Verfassung heimgeführt wurde, hat man den Abschnitt 35 eingearbeitet Dieser Abschnitt bestätigt die METIS als Ureinwohner Kanadas mit Rechten Harry Daniels, Mitte, stehend, bemühte sich, dass die Rechte der METIS in Kanadas Verfassung anerkennen Auf diesem Foto sieht man ihn im Februar 1981 während der Verhandlungen über die Verfassung Er verfolgt das Argument von Peter Etinua, Rechts-Parlamentsmitglied für die Ostarktis, das der dem damaligen Justizminister Jean Chrétieng vorträgt Elmer Gustkeeper, Präsident der Federation of METIS-Settlements of Alberta von 1980 bis 1984 beschreibt ein Treffen mit dem Ministerpräsident von Alberta, Peter Luketh am 20. November 1981 Bei diesem Treffen verfassten Gustkeeper und Luketh den Wortlaut für die Rechte der METIS in der Verfassung Kanadas Wie reflektieren diese Ereignisse? Die Bemühungen der METIS, ihre Kollektivrechte zu erhalten? Wie reflektieren sie die Änderung der Ansicht der kanadischen Regierung über die Kollektivrechte der METIS? Die Regierung von Alberta erließ Rechtsvorschriften, wodurch die METIS die METIS-Siedlungen als dauerhafte Landbasis mit dem Recht auf Selbstverwaltung bekamen Diese Rechtsvorschriften umfassten Darüber hinaus wurde eine Vereinbarung mit der Regierung Albertas über das Recht der METIS zur Erschließung von Öl und Erdgas auf ihrem Land geschlossen Wie bekräftigt die Anerkennung des Landrechts die kollektive Identität der METIS? Die Autonomie, die Autorität, Entscheidungen zu treffen METIS-Siedlungen in Alberta, 2007 Die Gründung von dauerhaften, selbstverwalteten Siedlungen für die METIS entstand aus den Verhandlungen zwischen den METIS aus den Siedlungen und der Regierung Albertas Im Jahr 1982 wurde ein gemeinsames Komitee aus Regierung und METIS gegründet 1984 forderte das Komitee neue Gesetzgebung, um den METIS-Siedlungen mehr Autonomie zu geben 1990 hatten wir endlich eine Heimat Susanne Kardinal Lamouche ist gewählte Sekretärin des METIS-Settlements General Council in Alberta Das METIS-Settlements General Council, MSGC, hält die kollektiven Rechte über die Siedlungsflächen der METIS Alles in allem beträgt die Gesamtfläche der Siedlungen über 200.000 Hektar, also einem Gebiet so groß wie PEI Dies macht die MSGC zum größten Grundbesitzer in Alberta 2003 Der oberste Gerichtshof entschied, dass die METIS als Ureinwohner Kanadas von der Verfassung garantierte Rechte auf Jagen und Fischen haben Diese Rechte bestätigen die einzigartige Beziehung zum Land der METIS basierend auf der Geschichte und der damit verbundenen Rechte als Ureinwohner 2004 In zwei verschiedenen Verhandlungen mit der Regierung Albertas haben das METIS-Settlements General Council und die METIS-Nation von Alberta Verträge vereinbart, in denen die Jagd- und Fischereirechte der METIS anerkannt werden Die Verträge garantieren, dass die METIS zum täglichen Nahrungserwerb jagen und fischen dürfen und dass sie dazu keinen Jagdschein brauchen Im Jahr 2007 hat die Regierung Albertas ohne Zustimmung der METIS-Organisationen einige Gesetze eingeführt, die diese Rechte einschränken Albertaner haben unterschiedliche Ansichten und Perspektiven über die Ernterechte der METIS Manche billigen die Rechte und betrachten sie als Teil des Erbes, das die METIS als Ureinwohner haben Andere glauben, dass alle in Alberta nach den Gesetzen und Zulassungsvorschriften der provinziellen Regierung die gleichen Rechte auf Jagen und Fischen haben sollten Aufforderung, denke kritisch Welche Ansicht über die Kollektivrechte der METIS reflektiert der Entschluss der Regierung Albertas, 2007, über die Ernterechte? 2006 Im April strebten die METIS in Manitoba ein Gerichtsverfahren auf Entschädigung für Land an, das ihnen im Manitoba-Act versprochen worden war, aber nie gegeben wurde Steve Pauli, ein METIS aus Ontario, wurde im Jahr 1993 angeklagt, ohne Jagdschein gejagt zu haben Er hat die Anschuldigung zehn Jahre lang angefochten und sich auf seine Rechte als Ureinwohner unter der Verfassung Kanadas berufen Er gewann schließlich in einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs Das heutige Winnepeg befindet sich auf dem Land, das die METIS unter den Zusagen des Manitoba-Akts beansprucht hätten Verbindung zu den großen Ideen Erster aufgrund der Informationen in diesem Abschnitt, was hältst du für die wichtigste Gesetzgebung für die Anerkennung der Kollektivrechte der METIS in Kanada? Warum? Zweiter überlege dir ein aktuelles Beispiel von unterschiedlichen Perspektiven und Ansichten auf die Kollektivrechte der METIS Beschreibe anhand der Geschichte in diesem Abschnitt einige Faktoren, die diese unterschiedlichen Ansichten und Perspektiven erklären können Wie betrachten die METIS ihre Rechte? Audrey Poitras wurde im Jahr 1996 zur Präsidentin der METIS-Nation von Alberta gewählt Die METIS-Nation von Alberta hat über 35.000 Angehörige Das Mandat der Nation ist, die METIS bei Entscheidungsprozessen der Regierung zu vertreten und dem METIS-Volk Dienstleistungen bereitzustellen, wie Unterkunft und finanzielle Hilfe für die Ausbildung Ein grundlegender Aspekt der METIS-Rechte ist unsere Fähigkeit, uns zu definieren Weder die Regierung noch Menschen, die selbst keine METIS sind, dürfen definieren, wer METIS ist Nur die METIS-Nation selbst darf diese Art Unterscheidung machen Die Anerkennung der METIS-Rechte geht für viele Menschen Hand in Hand mit Identitätsgefühl Diese Anerkennung gibt ihnen den Mut, sich wieder auf ihre Herkunft zu besinnen und wieder stolz auf sich zu sein Die Anerkennung unserer Rechte ist ein ständiger Kampf Aber eines wissen wir, unsere Rechte sind auf nationaler Ebene in der Verfassung Kanadas verankert Die Interpretation der METIS-Rechte fällt den verschiedenen Provinzen zu und viele Provinzen haben eine sehr engstirnige Interpretation unserer Rechte Obwohl wir bereits einen langen Weg hinter uns haben, ist der Weg noch weit Gerald Cunningham ist Angehöriger der East Prairie METIS-Settlement und wurde 2007 zum Präsidenten des METIS-Settlements General Council, MSGC, gewählt Das MSGC ist das Leitungsgremium der acht METIS-Siedlungen in Alberta, mit rund 9000 Angehörigen Was ich für das Wichtigste halte, ist, dass die METIS jetzt in der Verfassung Kanadas als Ureinwohner Kanadas anerkannt werden Das METIS-Volk ist jetzt stolz auf sich Viele Menschen haben sich vorher nicht als METIS angesehen, aber man kann aus den Zensusdaten aus dem Jahr 2006 lesen dass immer mehr Menschen als METIS auftreten Im vergangenen Jahrzehnt war die METIS-Bevölkerung die am schnellsten wachsende Gruppe der Ureinwohner plus 72% in Alberta und über 90% in Kanada Zurzeit enthält das Kästchen mit der Aufschrift METIS-Rechte in Kanada nur Ernterechte METIS im ganzen Land müssen gemeinsam daran mitwirken, dass das Kästchen gefüllt wird und unsere Rechte weiter definiert werden Profil Im Jahr 2007 repräsentierte Audrey Poitras als gewählte Präsidentin der METIS-Nation von Alberta die Mitglieder ihrer Organisation in den Verhandlungen und Debatten zu Anliegen von Kanadiern Aufforderung, denke kritisch Warum haben die METIS-Organisationen, die auf dieser Seite beschrieben werden, unterschiedliche Perspektiven über die Kollektivrechte der METIS? Warum sind die Kollektivrechte der METIS so wichtig für Audrey Poitras und Gerald Cunningham? Im Jahr 2007 repräsentierte Gerald Cunningham als gewählter Präsident des METIS-Settlements Generalkounsel die METIS der Alberta METIS-Siedlungen Bring deine Aufgabe zum Abschluss Als Kapitelaufgabe sollst du ein Display für eine Ausstellung über Kollektivrechte entwerfen Jetzt ist es Zeit, deine Untersuchung zu reflektieren und Schlussfolgerungen über das Gelernte zu ziehen Was meinst du, ist das wichtigste Thema der Charta über individuelle Rechte und Freiheiten im heutigen Kanada? Fasse deine Ideen zusammen Sammele Informationen, um die folgende Frage zu beantworten Wie hat die Gesetzgebung über Kollektivrechte im Laufe der Zeit geprägt, wer wir als Kanadier sind? Sieh dir die Informationen nochmal an und fasse sie in einem organisierten, logischen Bericht zusammen, der deine Leser überzeugt Nimm dir die Zeit, deinen Bericht gut durchzulesen, um festzustellen, ob du zusätzliche Informationen brauchst oder ob Informationen fehlen Bereite dein Display vor Überlege dir, was du in deinem Display ausstellen willst und welche Formen am überzeugendsten für die Vermittlung deiner Ideen sind Du könntest Formen kombinieren oder eine Form wählen, zum Beispiel Eine PowerPoint-Präsentation mit Text, Grafiken oder Videoclips, die deine Forschung erklären Im Hintergrund könnte Musik spielen, die deine Ideen reflektiert Ein Poster mit Tabellen, Bildern und Text, das deine Forschung veranschaulicht Tonaufnahmen oder DVD-Aufnahmen von Interviews mit Menschen, denen Kollektivrechte zustehen Was gibt es normalerweise bei Ausstellungen im Museum? Überlege dir, wie du durch Erklärungen und Visualisierung erklären könntest, was du über Kollektivrechte gelernt hast Manchmal enthalten Displays auch Geräusche und Musik Wiederholung Kapitel 4 Worum ging es in Kapitel 4? Welche Gesetze stärken die Kollektivrechte der Fürstnationsvölker? Welche Kollektivrechte haben amtssprachliche Gruppen unter der Charta? Welche Gesetze stärken die Kollektivrechte der Metis? Greif das Thema des Kapitels noch einmal auf Benutze, was du in diesem Kapitel gelernt hast, um deine eigene informierte Ansicht über das Thema dieses Kapitels auszubilden Inwiefern hat Kanada Kollektivrechte gestärkt? Folge den Anleitungen, zeige, was du gelernt hast, auf Seite 55, um deine Ansicht zu präsentieren Teile, was du gelernt hast, führt in Kleingruppengespräche am runden Tisch über die Gesetzgebung der Kollektivrechte, die in diesem Kapitel untersucht wurden Identifiziert ein Ereignis aus diesem Kapitel, das ihr für die Bestätigung der Rechte einer Gruppe am wichtigsten findet Erklärt, wie dieses Ereignis die Identität und Lebensqualität kanadischer Bürger beeinflusst Stützt eure Erklärung mit Fakten und Gründen Auf Seite 372 im Schild Center gibt es Ideen zu Gesprächen am runden Tisch Links mit der Technologie Unternehm eine Online-Suche von Gruppen und Organisationen, die die Kollektivrechte der Fürstnations-, Frankophonen und Metis-Völker unterstützen Erstelle mit Hilfe der Technologie eine Broschüre, in der die Ansichten und Perspektiven von zwei oder drei Gruppen über die Bestätigung von Kollektivrechten dargestellt werden Teile deine Broschüre mit deinen Mitschülern oder der Schulgemeinschaft Unternimm etwas Veranstalte eine Podiumsdiskussion über Kollektivrechte in deiner Schule Du kannst Gastredner einladen, die ihre Ansichten über die Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Bestätigung von Kollektivrechten in Kanada mitteilen Wähle die Gastredner aufgrund deiner Forschung für die vorhergehende Aktivität Entwerfe mit Hilfe deines Lehrers eine Medienmitteilung, die du an Lokalzeitungen und Mediengruppen schicken kannst, um sie zu dieser Veranstaltung einzuladen Reflektiere, bevor du vergisst Überlege dir, was du in diesem Kapitel über Kollektivrechte gelernt hast Schreibe diese Gedanken zu Ende In diesem Kapitel habe ich über das Analysieren des historischen Kontexts festgestellt Das Wichtigste, was ich in diesem Kapitel über Kollektivrechte gelernt habe ist Das, was ich noch darüber lernen will, wie Gruppen ihre Rechte ausüben ist Das, was ich noch darüber lernen will, wie Gruppen ihre Rechte ausüben ist Das, was ich noch darüber lernen will, wie Gruppen ihre Rechte ausüben ist Das, was ich noch darüber lernen will, wie Gruppen ihre Rechte ausüben ist